Schwimmt ihr im Training ohne Trainingsplan und einfach nur so darauf hin oder habt ihr einen Trainingsplan zur Verfügung? Unserer Meinung nach braucht man für gezieltes Training einen effektiven und strukturierten Plan. Und durch die Mitgliedschaft im Swim Performance Club für 4,99 Euro im Monat habt ihr die Chance auf zweimal pro Woche einen exklusiven Trainingsplan von uns für euch in verschiedenen individuellen Stufen, egal ob Anfänger, Fortgeschrittene, Kinder und Jugendliche und natürlich auch Triathleten. Also nutzt die Chance, werdet Teil unserer großen Community und lerne richtig schwimmen.